Hallo liebe Deutschlernende! Hast du manchmal wenig Energie? Hast du manchmal wenig Lebenslust? Hast du Ängste, die du überwinden möchtest? Hast du manchmal wenig Zeit oder denkst, dass du wenig Zeit hast? Hast du manchmal wenig Geld oder denkst, dass du wenig Geld hast? Nun, dann habe ich etwas sehr, sehr Tolles für dich. Ich mache für dich ein Webinar, in dem ich dir ein paar Tipps und Tricks zeige, wie du mehr Lebenslust gewinnen kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst, wie du Schwachstellen überwinden kannst, wie du deine Zeit planen kannst und so weiter und so weiter. Das ist echt etwas, was du nicht verpassen möchtest, wenn du an dem Aspekt der persönlichen Entwicklung interessiert bist, über den wir hier auf Authentic German Learning manchmal sprechen. Ich habe ein Webinar für dich live. Du kannst mir dann auch Fragen stellen und ich kann dir direkt helfen. Besuche jetzt AuthenticGermanLearning.com-Webinar, um mir zu zeigen, dass du Interesse an diesem Webinar hast und ja, wir sehen uns live. Ich werde all die Informationen über E-Mail bekannt geben. Also überprüfe deine E-Mails, sodass du nichts verpasst. Ja, schreib dich jetzt ein unter AuthenticGermanLearning.com-Webinar und dann erfährst du alles Weitere über E-Mail. Okay, bis dann. Wir sehen uns und ich freue mich schon total auf dieses Webinar. Okay, bis dann. Tschüss! Tschüss!